Ich verstecke mich. Was habt ihr verpasst? Nichts. Oh, warum sind die da unsere Scherben? Oh. Ja, die ist verpasst. Wir haben den Fall immer noch nicht gelöst. Man kann weder irgendwie diesen Zettel mitnehmen, der zum Beispiel in der Jacke hängt, noch sonst irgendwas. Irgendwie hat er aber zum Beispiel den Clou mitgenommen von wegen, dass die Rechnungen im Voraus bezahlt worden sind. Aber nicht den Zettel. Genau. Nicht den in the Tavern, Pub, bla 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 bla. I don't get it. Chat, hilf. Chat. Ihr müsst helfen, das Spiel ist leider erst Freitag raus. Ja. Aber ihr könnt, ja. Es ist schwierig. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Komm, Sherlock. Wir haben alles hier abgesucht. Hm. Wir haben halt wirklich alles abgesucht. Ich komme ja immer so blöd dann vor, wenn ich irgendwas nicht... Ja. Ich habe wirklich alles schon angeklickt. Ich habe den Laptop nicht kaputt gemacht, Chat. Den kann man so umklappen. Hört alle auf, alle auszurasten. Meine Güte. Hier, alles gut. Ich guck mal hin. Ich guck mal hin. Es sieht cool aus, ja. Aber, hm. Bringt uns grad nicht viel. Ich hoffe, du find mein Vater soon. Der Ruf leaktet all the time. Mein Vater hat ihn fixiert. Chat. Ja, da ist der Brief. Das wissen wir. Hier. Der leuchtet richtig doll. Als ob das... Und wenn du R1 drückst, kommt das ja nur raus, ne? Das kommt nur raus, ja. Okay. Ich kann es rotaten, aber da passiert ja nichts. Wir können es drehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Einfach, ähm... Lest nochmal den Brief. Ja, wir haben alles. Wir haben alles gelesen, wirklich. Ich war auch schon dreimal in der Werbung auf dem Dachboden nochmal und hab nochmal geguckt. Den Tisch hab ich auch noch angeguckt. Gut, ey. Guckt in eure Unterlagen. Haben wir auch alles gemacht. Investigate. Gunnar rettet den Laptop. Der Laptop ist nicht kaputt. Investigate, das Ding, ja. Das haben wir gemacht, okay. Rückseite vom Brief? Welchen Brief? Hab ich auch schon geguckt. Der Brief, der oben in der Tasche war, hattet er noch Rückseite? Konnte man den drehen? Nee, kann das nicht. Achso, nee. Den kann ich nicht... Ihr müsst auf der Toilette nachschauen, ja. Ist das wirklich die richtige Bar? Ja. Das ist tatsächlich die richtige Bar. Ich kann nochmal auf den Stadtplan gucken. Vielleicht ist das nicht die richtige Bar. Guck mal. Ich geh hier raus. Geh in die North Street und dann ist es sofort da. Ja, ja. Das war ja auch die... Da stand ja auch Tabard oben drüber in roten... Ja? Ja. Den Hebel betätigen. Ich kann ja nochmal hingehen. Ich kann ja nochmal hingehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach ein Fehler ist gerade vom Spiel. Bei Fallout hatte ich das auch am Anfang. Dass es irgendwann nicht mehr weiter ging. Dann musste ich neu laden. Was? Und dann ging's. Oh, warte mal. Oh. Briefe? Nee. Aber... Nee, auch nicht. Ja, ich hatte ja auch gehofft, dass man irgendwo vielleicht wen ansprechen kann. Dass der dann sagt... Oh, übrigens. Ja, hier. Der hängt immer in der Tavern-Bar ab, weil man ja diesen Brief gefunden hat. Das ist die Tavern-Bar. Ja. Gut. Aber da stand auch kein Absender drauf, oder? Auf dem Brief? Nee. Da war auch kein Name unterschrieben. I don't feel thirsty right now. Doch! Geh doch mal rein! So, pass auf. Ich, ähm... Ich lese mal kurz den Chat. Geh mal kurz, äh... Der Typ vor der Bar. Aber den Typ vor der Bar können wir auch nicht, ja. Den kann ich auch nicht anladern. So, wir gehen nochmal ins Hauptmenü kurz. Ja. Und geh nochmal rein. Vielleicht war das ja nur ein kleiner Glitch, hoffentlich. Oder wir sind einfach zu dumm. Wir sind wirklich dumm. Ähm... Und es tut mir auch gerade wirklich leid. So, load. Use your Witcher-Sense, ja. Das geht leider nicht. Komm, wir gehen nochmal neu in das Haus rein. So. Wäre auch gelacht. Gucken wir jetzt alles nochmal an. Ihr kennt das alles schon, aber dann, ähm... Funktioniert es ja vielleicht. You can always open your casebook to check your current progress in the investigation task, evidence, etc. Aber man kann dann nichts kombinieren, ne? Man kann nicht sagen... Okay. Ähm... Wir machen das, wir machen das. Wir kriegen kein Problem. So, jetzt bin ich hier gerade wieder angekommen. Geht wieder los. Aber ich mach's jetzt richtig schnell. So, zack, 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 zack. Und unten steht. Gehen wir hier hin. Wir wissen nämlich schon, wo er wohnt. Hier wohnt. Ihr müsst den Zettel mit der Pub-Map drehen. Aber da hinten... Auf dem Zettel ist ja nichts drauf. Da ist ja noch ein Kaffeefleck drauf. Oder was auch noch. Da sind zwei Kaffeeflecken drauf. Ich dreh den gleich dir nochmal, damit... Ui, was war das? Das war normalisch. Knock, knock. So, gehen wir mal rein. Da ist der kleine Junge. So. Oh! Da ist was. Oh! Tests. Warum steht da jetzt ein Kompass? Weil wir neue Tests bekommen haben hier. Okay. Ach so, wir sind in den Dings drin. So. Und jetzt nehmen wir diesen Zettel. Ah, Kaffeeflecken. Glue. Probably taken from a wall. Jetzt hat er ihn mitgenommen. Wir sind so... Aber jetzt hast du die anderen Clues nicht. Ja, das ist mir egal. Oder? Na, wir brauchen doch wenigstens den Brief. Welchen denn noch? Den Brief? Weil der den Brief ja von... Auf jeden Fall denke ich, dass er den... Oh Gott. Ja. Mach mal die Dings an... Ist das lächerlich, ne? Tut mir leid. Das ist okay. Manchmal muss man den schweren Weg gehen. Und ich weiß nicht, wie ich den Laptop halten soll. Okay, man darf jetzt... Kann man die Kerze jetzt noch nicht mitnehmen. Man muss einmal erst gucken, dass man die Kerze braucht. Aber geschafft. Ja. Ziemlich schnell jetzt auch. Glue war da oben drauf her. Guck mal, hier ist es dunkel. Jetzt kann ich die Kerze nehmen. Too dark to see. Wir kommen hier weiter. Das ist schön. So, jetzt nehme ich die Kerze wieder. Zack. Mit dem Leiter. Und dann geht's wieder hoch. Und dann holen wir schnell den Brief. Und dann sind wir auch schon in der Bar. Nur weil da Kleber hinten drauf ist, ne? Blöd. Ja. Blöd von uns halt, ne? Ich hab's halt nicht angeklickt. Den Kleber. Aber ich fand's auch einfach... Ja, das ist normal, dass da vielleicht so Kaffeeflecken drauf sind. Hello George. Ja. Okay. Jetzt haben wir auch den Brief. Und jetzt geht's in die Bar. Guck mal. Tata. Kein Problem. Haten die doll? Nee. Bisschen? Nee, die haten nicht. Könnt ihr ruhig. War echt ein bisschen dumm. Find out more. Achso, hab ich schon gemacht. Achso. Wir unterhalten sich auch sehr viel mit sich selbst. Das ist gut. War Sherlock Holmes? Ah, guck mal. Jetzt passiert was. Goodbye. Warte hier. Ich hab mal einen sehr akkuraten Bart. Ja, der war echt ganz geil. So, und jetzt hat er nämlich Durst bekommen. Geht mal in die Bar. Ich muss Eowick, um zu finden, wer diesen speziellen Job ist. Ja. So einen speziellen Job? L1? Da hab ich halt gedrückt. Pass mal. Okay. Was glaubst du, wer den Job hat? Oh Gott. Oh Gott. Schön, dass da fliegen fliegen. Wo? Hier. Ja. Irgendwer hier muss... Wo Glow ist wahrscheinlich. Stimmt. Da kleben so Sachen an der Wand. Da links. Achso, wenn du blaust gerade. Ah, okay. Ah, okay. Oh. Jungs vielleicht? Also, ihr seht schon, ihr müsst diese Sticks dann in diesem Bereich halten. Wie, 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 wie. Das ist einfach. Wie, wie, wie. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Ha. Or to Watson. Okay. Kann man die nochmal belauschen? Also nur so... Vielleicht mal... Nee, kann man nur einmal. Okay. Aber ich belausche ihn nochmal hier. Ja. Achso, ne. Aber kannst du da gucken, ob er da die Karte her hat? Weißt du, Conny? Nee. Ja. Die hier meinst du, ne? Da, ne? Ja, dann weiter links. Weil da hängt so viel Gedöns. Ja. Ja. Hätte ja sein können. Irgendwo muss er es ja her haben. Ich belausche die gleich nochmal. Vielleicht die erstmal nochmal belauschen. Ich gebe dir mal... Unauffällig hier hin. Mhm. Na, na, na. Na. Okay. Kein Alkohol. Was haben die ersten Personen gesagt? Okay. Kein Alkohol. Ich weiß nicht. Irgendwas hatte sich angehört, als wäre der, der die Special Jobs offert. Das tut mir leid. Aber Englisch und Deutsch zusammen funktioniert in meinem Kopf nicht. Es klang als wäre eine Katze. Ja, ja. Mit Whiskers und Muttons. Also... Er hat auf jeden Fall Schnurrbart, Schnurrhaar und trinkt keinen Alkohol. Ja. Ja. Das ist jetzt nochmal hier. Dann hört die nochmal an. Aber macht er das Gespräch im Selbstgespräch, meine ich? Whiskers Bier. Okay. Kann ich hier noch irgendwas abchecken? Leider Bier. Okay. Der ist es schonmal nicht. Ist auch hier. Dann ist es wohl... Es gibt hier nur zwei Leute an der Bar. Oder die hier alleine rumsitzen. Was sind diese beiden, Leute? Oder vielleicht der Barkeeper. Ja, ich wollte gerade sagen, kann man mit dem nicht. Eigentlich ist es doch immer das Erste, was man macht. Und da war erstmal den Barkeeper an. Whiskers. Hat er? Ah. Beard. Und? Was trinkt er? Water. Der ist es. Hahaha. Weil er Wasser trinkt. Fall gelöst. Danke. Tschüss. Okay. Entschuldigung. Ich muss jetzt noch mal hin. Ich gucke mir den nochmal an. Schau doch an. Was passiert. Aber der sieht so verzweifelt aus. Ja, passt gleich was. Passiert gleich was. Auch super unauffällig. Er trinkt einfach nichts. Er sitzt nur ewig an der Bar. 30 Minuten später. Ja. 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 Okay. Missing person. I should find out more. Missing person. John Strowbridge. Contact Mrs. Strowbridge at 5 Dorset Street. Okay. Dorset Street waren wir eben, ne? Hier ist er. Tschüss. Och, der ist schon wieder da. Das ist doch nicht ne Junge. Er hat auch nen Job. Und er muss auch Zeitungen verkaufen. Achso, ich bin jetzt der Junge, okay. Achso, okay. Achso. Achso, ja, tschüss. Kannst du nicht rein mit ihm dann? Er ist weg. Oh nein, er ist bestimmt mit der Kutsche. Ist das da hinten? Ich weiß nicht, wie sah denn der aus? Hat er da sowas? Hat er da ne Mütze auf? Ja, ne? Ne, doch. Okay. Obacht. Oh, das war ganz nett, dass Cover auf dem Ding gestanden. Ja. Der guckt, der guckt. Alles cool. Ob man sich auch so in Gruppen einfühlen kann? Also so wie bei Assassin's Creed zum Beispiel. Was? Hab ich nicht. Der ist doch noch da. Ja. Uiuiui. Der hat aber auch schon ein bisschen, er ist ein bisschen paranoid, ne? Dass er sich die ganze Zeit umsetzt. Ja. Okay. Ah. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ha! Da ist er. Da ist er es. Da ist er. Ich stehe ja auch total auf dieses alte London, ne? Ich weiß nicht, kennst du die Serie Penny Dreadful durchzufangen? Hab ich nie gesehen. Oh oh. Warum? Weil er ein Zeitungsjunge ist? Oh nein. Schnell. Renn, kleiner Junge. Und jetzt aus Versehen in die Arme rennen. Oh, doch hier. Nicht auffällig. Hey. Geck. So. Der kommt schon. Okay, wo geht der hin? Der kommt sich orange. Sind das nicht Kürbisse? Oh nein. Das sind bestimmt voll die gemeinen Duks. Ja, das sind die Bullies. Shit. Okay. Lassen die mich denn durch? Ich glaube, mit denen kriegst du richtig Ärger jetzt. Oh nein, guck mal wie krass die sind. Ja, die haben eine geile Melone. Oh no. Aber ganz cool, dass die so verschiedene Elemente da eingebaut haben. Ja. Hä? Achso, mein... Achso, die dürfen dich da nicht sehen. Weil Jimmy und Timmy nämlich dich jetzt kaputtgekloppt haben. Muss ich dann wieder einen anderen Weg nehmen, oder was? So aus. Dadurch das Haus vielleicht. So, geht das da durch? Das wäre cool, wenn man durchs Haus... Ja, aber ich denke gar kein... Stopp schreien und geh zu arbeiten. Kacke, Bruch und geh da rein. Okay, er wird durchkommen. Ja, genau. Da würde jeder kleine Junge drauf kommen. What are you waiting for? You don't have to beat him. I'll do it. I'll clean the chimney. Go on then. Mach! Okay. Jeder kleine Junge auf wieder auf die Idee kommen. Erstmal den Schornstein hochklettern. Vor allen Dingen hätte er fast seinen Sohn verprügelt, weil das nicht... Du musst ihn wirklich sauber machen? In der Zeit? Ach, du heilige Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, schnell hoch. Du bist noch nicht mehr bezahlt dafür. Guck mal, oh nein. Oh nein, du stirbst. Ich sterbe auch noch, meine Lungen. Oh Gott, alles passiert. Putzen, sterben. War das so schlimm früher im Schornstein, dass man sofort gestorben ist? Stimmt, deswegen gibt es nicht so viele Kinder. Oh Gott, oh Gott. Alter, das geht aber ganz schön schnell. Ja. Sieht doch irgendwie aus, als hätten die unten schon Feuer angemacht. Oh, oh, oh. Schnell. Das ist doch eine Absicht. Ich bin doch jetzt auch echt nicht langsam da drin. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich knapp. Oh Gott, oh Gott. I'm coming up. Okay. Also schau. Oi, 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 oi. He's still here. That's a relief. Okay. Das war nicht sein Sohn. Weiß man doch nicht. Vielleicht war das sein Sohn. Wo? Was denn? Na, den kleinen Jungen, den er verdreschen wollte. Ich dachte, das wäre sein Sohn, weil er das zu Hause sauber machen muss. Ach so, das weiß ich nicht. Deswegen wollte er, oi. Okay, und jetzt? Geht der da? Oh nein, der geht natürlich da lang. Und nun? Oh no, kannst du da so rüberjumpen? Oh fuck. Guck mal. Okay. Vielleicht kann er da das Board nehmen, hinter dir. Ja. Oh, sorry, voll gegen das Mikrofon. Okay, schnell rüber. Oh Gott. Acht Sekunden noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay, da ist noch locker. Was willst du da klicken? Ach so. Oh ja, Mann. Oh. Okay. Ich bin in sowas immer sehr, sehr schlecht. Sowas Fiddliges. Wo ist denn der Karren mit dem Stroh? Ja. Ja. Kommt bestimmt noch. Gut. So, wo ist er denn? Da unten. Gut, dass er auch immer auf uns wartet, ne? Er hat halt auch irgendwelche Geschäfte... Geh nicht nach rechts. Ah, geh wieder nach rechts. Oh, Mann. Wir kamen gerade von rechts. Okay. Bein uns. Zum Glück liegen überall sehr schön drapierte Holzstücke. Da den Haken. Hm. Was soll we do with a drunken sailor? Was soll we do with a drunken sailor? Was soll we do with a drunken sailor? Early in the morning. Hey ho, and up he rises. Hey ho. Take cover. Oh oh. Er sagt gleich wieder, dass du spielen gehen sollst. Hat er das gesagt? Ja, beim ersten Mal, als er dich, ähm, als er zu nahe gekommen ist, hat er gesagt, go play, kid. Okay. No place to hide here. We better go through the yard. Ah, okay. Mach ich. Hi. What are you doing, Ima? Hi. 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 Huff, 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 huff. Huff, huff, huff. Das klingt nach so nem kleinen... Das ist sowieso abwechslungsreich hier. Find ich so cool. ... Yorkshire. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, da. Äh. Oder? Da, da, das Loch. Ach, da ist ein Loch. Das Loch. Das Loch. Jetzt hab ich nen Ohrworm. Hey, hoh, noch. Oh, schnell. Ehh. Wie einfach da. Wie. Ist gar nicht auffällig, ne? Ja. Nee. Oh. Sind ja wieder Bullis. Müss ja auch irgendwann mal angekommen sein, nicht? Gut. Ist das... sein Zuhause? Okay. Wir reporten mal, du bist gekommen. Oh, da. Guck mal, da. Nö. Macht er die Schuhe sauber? Oder was macht er? Ach, cool. Okay. Ah, okay. Jetzt kann man ihn bestimmt ausfragen, oder? Oh. Boah. Oh Gott. Womit fängt man denn an? Erstmal den Dreck weg. Erstmal hier, ne? Dann Bürste vielleicht? Braschi, Brasch, Brasch. So, dann nochmal hier die Kleine. Bestimmt eher zum Polieren, aber egal. Ich weiß das auch nicht. Schuhcreme? Ja, und dann mit dem Lappen. Was? What? Er fand's scheiße, oder was? Hey. Oder was? Und warum ist, was ist da los? Ach, komm. Drei Leben verloren? Hab ich schlecht gemacht? Quatsch. Hat man... Welche Reihenfolge? Dann macht man erst den Dreck weg mit der großen Bürste, dann nass. Da hinten kommen auch die Kampfhunde jetzt. Die Kampfhunde. Stehen aber nur da. Aber ich mein, was hätte das jetzt gebracht? Hättest du alles richtig gemacht? Hätte er dir dann irgendwas erzählt? Wahrscheinlich hier lang. Wahrscheinlich jetzt dann anders. Was anderes ist passiert, oder? Ja, aber... Ja, wahrscheinlich. Ich hab aber doch gut gebürstet, fand ich. Ich guck gerade, ob der Chat irgendwas sagt. Das sind die ganzen Schuhputzer im Chat. Wenn man halt nie Papas Schuhe geputzt hat. Das ist richtig. Komm. Nass, dann bürsten, Schuhcreme und mit dem Tuch und danach polieren. Das wollte ich doch machen, oder nicht? Nee, du hast den Lappen auch nicht nass gemacht. Und den trockenen. Der hat nicht mal bezahlt. Echt mal. Wir haben drei Leben verloren. Aber gut, dass wir vorher nichts verloren hatten. Ja. Spionieren kann ich, aber Schuhe putzen. Schuhe putzen ist... Ich hab halt auch keine. Guck mal, meine Schuhe. Ja. Ui. Sind die kaputt? Ja. Dabei sind die doch nicht mal neu. Also, die sind echt nicht alt. Das ist auch nicht mein Socken. Ach doch, ist es. Nee doch, ich hab schwarze Socken an. Weiß man gar nicht. Oh Mann. Oh Mann. Naja. Ich kann mir keine... Teuren Schuhe? ...meinen Schuhe leisten. Das ist okay. Interesting. What's going on in the yard? Du hast auch keine genähten Schuhe. Das heißt, deine Eltern kümmern sich nicht um dich. Ah ja. Bei dem Jungen was anders. Das ist richtig. Verschlossen. Was ist denn jetzt mit Schörler eigentlich? Wo ist Schörler? Ich wollte sagen, er macht hier die ganze Arbeit. Ist mega krass. Krass. Super detektiv, der kleine Junge. Und der Schörler kommt. Drückt sich währenddessen ein bisschen Opium rein. Ja, höchstwahrscheinlich. Er kommt irgendwann total dicht an und macht seine Zauberkünste in seinem Kopf. Und der muss hier richtig einbrechen in so verschiedene Gärten und sowas. Was hast du? Du hast gesagt kaputt, dabei sind die nicht mal neu. Du hast gerade zitiert. Nee, die sind nicht so alt. Wow, Gewehre. Okay. Das ist natürlich interessant. Das sage ich auf jeden Fall Schörler-Kromes. Warum? Du bist ein kleines Kind. Was soll passieren? Ja, dann guck doch. Dann stell dich mal hin. Weiß so. Ich finde auch, das reicht, was du gemacht hast. Mir wäre das viel zu aufregend, als kleiner Junge da überall hinzubauen. Ich wäre das nur so ein kleiner Zeitungsboy. und stellt so einem Typen nach die ganze Zeit. Mann, Mann, Mann. Ich kann nicht zur Haustür gehen. Wie komme ich denn da hin? Zu dem Fenster. Äh, kannst du es von hier? Ich glaube, es ist genau so ein Fenster. Kannst du in dem Fenster, wo du reinschauen kannst, noch irgendwas entdecken? Weiter? Hier, da sind sie. Ah. Do only two people live here? I wish one was me. Potatoes. Bags of food. I like this ass. Ja, der hat großen Hunger als Schuhverkäufer. Oh Mensch. Nee, der ist Zeitungsverkäufer. Schuhverkäufer, ja. Mehr kann man, glaube ich, nicht hier finden. Da müssen wir zum Ende kommen. Ja, echt? Sollen wir schon durch, durch? Durch, durch, glaube ich. Ja, 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 ja. Ihr könnt auch das Gewinnspiel abchecken, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann checkt es mal aus. Ihr könnt es gewinnen, sechsmal über Twitter und Facebook und da seht ihr genau, wie es funktioniert. Ja, hat Spaß gemacht. Aber du wirst ja eh nochmal weiterspielen und es nochmal vorschnellen bei GamePlus. So, was jetzt kommt, weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber nachher kommt GamePlus Daily. Ja. Nicht mehr lang. Und das wird auch super. Und ja, bis zum nächsten Mal oder bis morgen bei Hitman GamePlus Daily. Tschüss.